Hallo, mein Name ist Tobias Borucca, ich bin Diplom-Sportwissenschaftler und unterrichte hier in der KNS im Bereich Fitness und Gesundheit. Heute habe ich für euch ein Workout im Schlingentrainer im TRX mitgebracht. Wir kümmern uns speziell um die Rumpfmuskulatur, um den Seitstütz und da will ich euch heute ganz tolle Variationen zeigen, die ihr dann hoffentlich direkt umsetzen könnt. So, jetzt kümmern wir uns um den Frontstütz im TRX oder im Sling. Eine sehr, sehr beliebte Übung, vor allem natürlich auch unter den Pumpern, die hier verschiedenste Variationen von Liegestützen machen oder für die Schultern, für die Brust. Eins geht dabei natürlich meistens leider verloren, die Qualität der Übung. Da wollen wir heute speziell drauf eingehen, denn sonst bekommt ihr mittel- und langfristig Probleme. Wo, zeige ich euch jetzt. Am wichtigsten ist natürlich, wie immer, den Rumpf, die Wirbelsäule zu sichern. Das heißt, bevor wir uns zur Schwerkraft aussetzen und nach vorne reingehen, müssen wir eine Rumpfstamm-Spannung aufbauen. Viele von euch wissen eh schon, wie das geht. Daher Bauch anspannen, ja, aber natürlich noch regelmäßig weiteratmen, ja. Natürlich kann man auch mit der Beckenkippung etwas arbeiten, sodass wir eine physiologische Wirbelsäule noch haben, nicht ins Hohlkreuz fallen und dann langsam nach vorne gehen. Das Tolle beim Sling ist ja, wir können variieren. Umso weiter wir nach vorne gehen, ist klar, umso schwieriger wird es irgendwann. Also hier ganz gut auf die Stellung des Rückens achten, Bauchspannung. Nummer zwei, ganz wichtig, bevor ihr dann anfangt mit großen Bewegungen, ist die Position der Schulter und des Schulterplatz. Auch hier ist natürlich irgendwann sehr viel Intensität hier drauf und wir sehen sehr oft, dass die Leute hier reinbrechen und die Schultern zum Ohr wandern. Also auch hier darauf achten, irgendwo hat jeder seinen Schwachpunkt, dass ihr den erkennt und hier schön die Schulter stabilisieren könnt, den Rumpf stabilisieren könnt. Und dann dürft ihr natürlich mit Extremitäten arbeiten. Auch hier können wir Schwerpunkte setzen. Wir können hier auch den Frontstütz für das Rumpftraining wieder nutzen, indem wir hier die Rumpfstabilität besonders fordern und ein Bein leicht abheben. Schaut mal auf meinen linken Fuß, der hebt sich ein Zentimeter ab, ohne dass sich der Rumpf bewegt, ohne dass ich hier rein kippe. 5 bis 10 Sekunden rechts abheben, 5 bis 10 Sekunden links, ihr merkt schon, fordert mich auch sehr. Viel Spaß beim Üben und immer auf die Qualität achten. Wir sehen uns beim Üben. Untertitelung des ZDF, 2020